Ja, hallo zusammen hier bei Gesund Rauf. Mein Name ist Marco Eitelmann und heute gebe ich euch einen kleinen, ja, Jahresrückblick nicht, sondern eine Vorschau. So eine kleine Silvesteransprache, was nächstes Jahr 2024 hier auf meinem Kanal zu erwarten ist. Aber zunächst, es ist, ich bin so glücklich, es ist Hammer, wir haben hier über 2400 Abonnenten erreicht. Dass das so schnell geht, habe ich nicht gedacht. Super stolz und ich danke euch auch echt dafür. Ja, nächstes Jahr, wenn das da 5000 oder so werden, Wahnsinn. Also ihr könnt weiterhin gerne hier unterstützen, mitteilen von den Videos, liken, kommentieren und so weiter. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Was erwartet euch 2024 hier bei Gesund Rauf? Zunächst einmal, was auf jeden Fall gleich bleibt, sind jede Menge Natur- und Ernährungsthemen. Also Wildkräuter von Frühling an, steigt es an über den Sommer, bis dann die Pilzsaison startet. Da gibt es jede Menge neue Videos. Könnt ihr euch drauf freuen, auch mit ganz vielen neuen Sorten. Es wird zudem jetzt zum Jahresstart mal was ganz anderes geben. Und zwar habe ich letztes Jahr, das hat ewig gedauert, das Video, ist auch über neun Stunden lang geworden. Aber keine Sorge, ich werde euch jetzt hier nicht neun Stunden langweilen. Zum Thema Diät und Ernährungsumstellung ein Video gemacht. Da habe ich 14 Kilo abgenommen. Trifft es vielleicht auch ganz gut jetzt zum Jahresstart. Da machen ja einige so Diäten und so weiter. Und im Gegensatz zu sonst war das äußerst dogmatisch ziemlich, also es war wirklich krass. Es war heftig, diese Phase oder diese Phasen, die ich gemacht habe. Aber das seht ihr dann alles im Video. Ich werde direkt nächste Woche, jede Woche eins veröffentlichen. Es gibt vier, fünf Teile und dann ist es durch. Ja, das kommt definitiv. Und ich werde, habe ich viele Anfragen bekommen, weil ich hatte mal ein Video über Meditation gemacht. Da so ein bisschen über Bewusstsein und so weiter gesprochen und auch so Psyche, ne, Psychologie den Teil. Da werde ich näher drauf eingehen. Ich bin kein Psychologe oder sonst was, aber ich habe schon einiges in meinem Leben hinter mir in dem Bereich. Und ich konnte mir gut helfen und auch gut helfen lassen. Und deswegen wird das ein bisschen verstärkt drankommen. Aber keine Sorge, die, wo hier nur für die Natur- und Pilzwideos da sind, ihr kommt definitiv nicht zu kurz. Des Weiteren werde ich, weil da werde ich auch immer gefragt, ach, was hältst du denn von dem Thema oder politischen Thema, kein Schock kriegen. Das hier wird kein, das sage ich hier ausdrücklich, kein, alles ist negativ, alles ist scheiße, Politik und Gesellschaftskanal. Da gibt es noch, gibt es noch so viele andere und da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Ich möchte nicht, dass der Kanal hier negativ wird, aber ich werde ab und zu mal auf so ein Thema eingehen. Und das immer aus der Perspektive betrachten, wie bleibst du da selbst, psychisch und auch körperlich gesund dabei, was so in der Welt abgeht. Ist ja auch nicht alles schlecht, wird ja oft ganz viel schlecht geredet. Und ich werde natürlich auch bei solchen Themen immer einen Verbesserungsvorschlag machen oder Möglichkeiten, um aus sowas Negativen rauszukommen. Also es wird kein negativer Politikkanal, der jeden Tag irgendein Spam-Thema hat, wie schlimm alles ist. Das wird nur eine Ergänzung hier. Ja, ansonsten, ich werde auch noch ein weiteres kleines Experiment machen nächstes Jahr in Sachen Bewegung. Denn ich habe zwar sehr gut abgenommen, habe ganz leicht wieder zugenommen. Ich bin weit unter dem, was ich letztes Jahr an Weihnachten hatte. Ich war ja wirklich fett. Ihr seht das dann auch im Video. Sorry, ich zeige euch meinen Schwabbelbauch. Das hier ist kein Instagram-Kanal oder sowas. Auf jeden Fall, das ist runter. Ich habe mich super gut gehalten, aber ich möchte halt auch gern mal was, ja, Deftisches, Großes essen. Und deswegen wird es dieses Jahr mehr um das Thema Bewegung gehen. Und vor allem auch Flexibilität. Ich komme ja gar nicht mehr runter richtig. Mit den Fingern auf den Boden komme ich schon lange nicht mehr. Und ich schnaufe mittlerweile, wenn ich da durch den Wald hechle. Das ist nicht mehr normal, ne? Bin ich aber selbst für verantwortlich. Wird es auch ein Video geben. Und da gibt es dann weitere Videos zum Thema, zum Beispiel, wie kannst du deinen Blutdruck natürlich senken. Bin kein Arzt, aber ich habe ihn selbst schon gesenkt. Und jede Menge Leute kennengelernt, die so auch gesenkt haben. Oder was kannst du tun, wenn du zum Beispiel so Refluxkrankheit hast, beziehungsweise so Sodbrennen. Das muss nicht immer an einer kaputten Klappe oder so liegen. Kann es auch andere Möglichkeiten geben. Ich werde auch mehr auf Vitamine und so eingehen. Aber was ich nicht machen werde, ich werde mich jetzt nicht von irgendeinem Nahrungsergänzungsmittelhersteller hier kaufen lassen. Und dann sagen, hier, das hier ist mega toll. Ne, ich werde da komplett neutral rangehen. Und im Prinzip nur das vorstellen, was ich auch nehme. Und oft auch gar keine Firma oder sonst was sagen. Ich möchte es einfach nicht. Hier kann man Werbung machen. Bei mir, ja, das ist klar. Aber ich sage es dann dazu. Und dann muss es auch ein Produkt oder eine Dienstleistung sein, die ich selbst gut finde. Ich meine, irgendwie finanziert sich der Kanal hier ja auch. Ich mache das hauptsächlich Hobby-mäßig. Aber wenn ein bisschen was rumkommt, zum Beispiel für die Kamera, mit der ich euch gerade filme, die kosten ja ein paar hundert Euro, dann ist es natürlich auch schön. So. Das war es im Großen und Ganzen. Ich wünsche euch ein schönes, erfolgreiches und lehrreiches Jahr 2024. Und viel Ruhe, Frieden. Und das nachher wirklich in eurem Leben. Einen schönen Weg einschlagt. Oder auf dem Weg bleibt, wo ihr jetzt gerade seid. Und im Prinzip ein bisschen was Gutes in die Welt da raustragt. Und nicht rumnörkelt oder schlecht drauf seid oder sonst was. Das kann man auch mal tun. Aber ich glaube, wir haben schon genug Mist da draußen. Und wenn ich mit dem Kanal dazu beitragen kann, das Ganze ein bisschen besser zu machen, dann mache ich das gerne. Alles Gute euch im neuen Jahr. Bis denn. Ciao, ciao. Euer Marco.